Und schon ist das erste Statement von der Mbappé-Seite da, zu diesen Gerüchten, was Le Paris Saint in die Welt gesetzt hat, dass Mbappé doch verlängert, die große Wende. Naja, wenn man der Mutter von Mbappé Glauben schenken mag, und es gibt ja keinen Zweifel, dass man ihr nicht glauben sollte, sagt sie, es ist völlig falsch, dass Kylian Mbappé verlängert hat. Es gibt keine Einigung mit Paris Saint-Germain oder einem anderen Klub. Die Gespräche über Kylians Zukunft werden in Ruhe fortgesetzt, um ihm die Möglichkeit zu geben, die beste Entscheidung im Sinne aller Beteiligten zu treffen. Und dann sagt sie noch etwas ganz Interessantes, dass Real Madrid weiter seine erste Option ist. Okay, also Real Fans können sich langsam wieder erholen. Diese News von der Verlängerung scheinen nicht, oder zumindest mal nicht ganz zu stimmen. Vielleicht gab es diesen Vorschlag, dass Mbappé zwei Jahre verlängert und vielleicht überlegt man sich den, aber eben ist es noch nicht fix, es ist nichts unterschrieben und weiterhin tendiert er eher zu real. Das hat seine Mutter ganz offiziell gesagt. Könnte natürlich auch Taktik sein, um den Preis Mbappé noch weiter hochzutreiben. Sowas gibt es natürlich auch immer wieder. Also da müssen wir einfach abwarten, Freunde. Wir müssen hier geduldig sein, bis da eine Entscheidung gibt. Ich persönlich, rein vom Gefühl, tendiere ich eher dazu, dass Mbappé zu real wechseln wird, aber man weiß es halt nicht, Freunde. Eure Meinung, die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.